im faden kreuz irgendwie die frage ist nicht dass das extra gemacht das weiß ich nicht also das war ja komm meine maus ist so schwul unterfliegen das ist nicht so schwul Welcome back to 500 chumps to die genau zu 6 6 das 8 6 6 tschimpfest schabke ist verletzt 6 wird geklärt wird er bin ich noch gestürzt nicht alle also wir legen die ihre klosen wir uns begleiten teams bieten nicht sagen darf n das war man an der genau das ich bin jetzt alter du bist so ein fahrzeug ich bin jetzt diesmal mal mit und mit sichtweiter fahrer sieht viel cool aus halt haben wir noch viel zu tun es geht ja gar nicht deine hose was hat mich angestuft hallo youtube und philipp das kriegst jetzt zurück weil du mich geschlagen hast völlig noch länger weil du so eine eklige flüssigkeit auf deiner hand hast die ganze nicht die kraft ist wichtig ich bin selber auch gestorben ok frieden bei der nächsten map werden wahrscheinlich noch mehr leute dabei sind ja genau hoffentlich aber ich habe kein server jetzt musst du ja nicht mal haben wir was du musst den server kaufen ich weiß nicht wie das geht du bist echt ein trottel ne du weißt nicht mal wie ich kann mich da mit dieser aus ne das ist geld geld ist deine hau ist deine hose ne geld ist das weiße ding das was da rauskommt aus dem schlauch aber das ist auch nur bei menschen geschlechtern achst du das darf ich davon mal ein foto machen ja klar dann stell es am besten in instagram ok oh scheiße was alter philipp das ist schwierig boah ist das schwierig alter ich schaffe nicht mal den ersten aber der erste der geht ja noch oh mann der geht erst recht nicht Mist du stöhne Mist ich hab dich nicht getroffen ja ich würde sagen wenn wir es jetzt öfters nicht schaffen brechen wir das ab hier also mit dem äh mit dem abteil hier weil es ist einfach so wir haben nicht mehr viel zeit und so äh äh weil wir aber nicht mehr so lange ja nur weil es verlängert ich das ding noch bäm und tot ja das ist voll schwierig ja das ist aber richtig kackig warum eigentlich weil das ein dreieinhalb sprung ist das ist noch leicht äh das nein nein ja ich bin doch zu weit du bist schuld fick deinen Arsch fick deinen hässlichen Peter Arsch ja ok dann fick du deinen hässlichen Philipp Arsch äh ich mein du bist selber schuld wenn du mich killen willst ja du hast mich gekillt du Spass du Spasszalat äh man muss doch richtig spät erst abspringen damit man es schafft pff oh du Wichser gut sagen wir dir der hat ab jetzt noch den Versuch und wenn das dann nicht schafft dann stirbst du hier einfach mal weil ich mal versiessen aber bitte jetzt nicht töten ok das war jetzt nur für dich war Scher der Verlierer der muss eine Strafe machen also der was am meisten Tode hat momentan habe ich 469 und Philipp 446 drauf bitte 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 und jetzt hat er einen mehr hm 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 ja hm hm ja hm 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 redeem Ui 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 Da muss doch irgendwie nen Trick geben Ja klar gibt's nen Trick Du musst auf der Geraden Mit dem Faden kreuz irgendwie Die Frage ist Die Frage ist Das hast du extra gemacht Nee, das weiß ich nicht Also das weiß ich nicht Ja komm, meine Maus ist so schwul Unterfliegen So schwul Das ist nichts zu zählen Hahaha 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 Das sind 10 Hahaha 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 Ich meine Hahaha Fick dich Scheut Nee Ich meine Aber bei ner schwulen Maus Es sind 10 schwule Fliegen Die drücken da random Tasten Ja ist klar Ja die sind so schwer Die wiegen mindestens 3 Kilo pro Stück Weiß jetzt nicht Anna Hahaha Philipp Oh wenn ich bis dahin komme ich schlag dich so tot Nein Nein Sagen wir wenn der andere Au 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 Sagen wir wenn der eine es geschafft hat darf der andere sich einfach verziehen damit es schneller geht Oh das ist doch viel Schiss ich glaube ich habe eine Platzwunde dazu das sehen komme ich ja noch den auch Mann ich hab ich schaue mein Rekord ist bei der Ecke deiner fuck nix der fuck fuck you war noch nie so weit Fick dich. Hey ich war das nicht hallo du wolltest nicht du wolltest mich schlagen ja lol ist etwas ich wollte dich nicht schlagen außer dann hat man am Anfang zwei Sekunden Frieden oder? ähm ja alter wie dein Kopf voll verdreht ist äh ja du bist ein Hosenscheiße verlieblich schafft das auch so äh ich meine das wird immer schwierig also das ist ja noch leicht eigentlich Metten du stirbst gleich ja was habe ich gesagt was hat dir das jetzt gebracht eigentlich? boah es ist so schwierig ja das ist schwierig weil wir uns nicht konzentrieren verstehst du? ja weil du mich entschlägst ne weil du mich im Reel auf ihm in die Eier trittst mach ich dir auch ja siehste muss ich das in in game heimzahlen oh wet nur asche beckt sich grad zu ab neeeein noo noo schluch hihihi 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 alter wisst ihr was ich muss mir so das lachen verkneifen weil ich habe mich einfach mal die ganze Zeit nicht gemütet Ich hab gemerkt, dass manchmal so eine hellblaue Kugel da im Teams Big Eye leuchtet ist. Nein, das doch nicht, nein. Philipp, ich hab gleich die 500, Alter, noch 8. Und die ist... Alter, schluss. Ich auch. Ach, Mann. Ihr könnt mal ausrechnen, die Länge vom Let's Play durch die Tode ergibt dann, wie oft wir in der Sekunde sterben. Ganz ehrlich, mir reicht's jetzt. Versuch jetzt nochmal, ich versuch jetzt die ganze Zeit ab hier, okay? Ich will mal versuchen, ob's überhaupt geht. Das geht doch gar nicht. Ich will jetzt mal ausmessen, wie viele Blöcke das sind. Geht doch. Das sind dreieinhalb. Scheiße, du bist nicht gestorben. Nee, warte mal. Ich probier das jetzt mal ab so, ich werd sowieso einen Schocker einlösen. Nee, es ist einfach so schwierig, so, ich hab's auch geschafft. Oh, nur Spaß. Fertig, wir müssen auch mal... Aua. Philipp, du bist noch... Nee, warst doch nicht gewett. Doch. Scheiße, Alter. Jetzt lass mich! Wer soll ich mitten? Der wird einfach mal durch die Blöcke gefallen. Okay, die Challenge ist einfach... Alter. Echt, ja. Scheiße. Da musst du, äh, du musst da richtig... Ach so, ich dachte, wenn du Leiter... Da steht lol. Und dann auch noch ein Ton, der Bundeskanzler ist. Du bist auch so ein Logiker. Ja, du bist auch so ein Optiker ohne Optik. Ohne Brille und alles. Ich weiß nicht mal, was Glas ist. Nee, Spaß. Das. Glas. Rosh, äh, wenn du eh gerade, äh, dabei bist, ähm, hier nichts zu tun, dann kannst du ja gerade, eigentlich meinst, den bearbeiten. Ja, verdammter, wirklich. Ja, einfach ausrastet. Und das Knallen gehört oder was? Ja. Ja, man lasst es euch hören. Brauch auch keine. Doch. Damit du die anderen spinnst. Was hast du da für eine Spine? Eine Vogelspinne oder was? Ja, die Spinne zum Penis. Ich hab ne Vogelspinne. Alter, wie bei dem Wieselswecker einfach immer steht. Krö-männliches Zeichen. Oh, scheiße. Ach, Gott. Wie ich ihn schubse, wo er noch sich rettet, alter. Bei der Leiter. Nein, jetzt hab ich dir aufversehentlich zielgetrackt, alter. Ich hab dich einfach gerade nicht... Nein. Ich hab auch bei dir 500. Bei dir fehlen noch 25. Anfangs, was du so viel... Alter, wie schnell kannst du das dann... Und das dreht sich dann immer voll. Gut risslich. Ja, du riss ich auch. Wir drehen uns. Es wird ziemlich schnell. Nein, ich hab jetzt fast geschafft. Oh, das ist atmosphäre. So, der Sprung ist so schwierig, weil der muss ich anlaufnehmen. Der ist, der muss die ganze Zeit durchgehen. Und anlaufen. Ja, einen Sprung noch und dann noch einen. Den hab ich vorhin auch geschafft, durch anlaufen. Philipp, ich muss... Guck hier rüber. Das ist ja noch leicht. Das... Fick dich ins Knie. Nee, ich wollte gerade sagen, warum ist das leicht? Ich mein, du stirbst. Das macht mir Spaß. Hey. Philipp. In's Knie, wegen des Musi erstmal lernen. Also, schick mir ein WhatsApp-Video. Okay. Ist doch nicht schwierig! Das war gerade die beste Rach-Reaktion ever, Alter. Ey, hör jetzt mal auf! Das war schlecht wie Brune. Aber mir leckt es gerade nicht mehr. Hör auf! Oder es knallt in deiner Hose. Fick dich, du wolltest mich schlechten. Faserlacken spacken. Ich wollte dich nicht schlagen. Das war wie die schwule Maus mit seinen schwulen Fliegen, Alter. Ohne Spaß. Man hört's ja gar nicht. Man hört's ja gar nicht. Alter, man hört deine Maus klicken, übelst. Ja, hallo, das ist Sprachaktivierung. Sprachaktivierung? Ja, du bist auch nicht so in Sprachaktivierung, Alter. Ja. Im Radius von 100 Kilometern hört man alles. Das ist praktisch für Porno-Liebe. Äh, was? Bei einem Bus-Unfall starben, äh, zwei, äh, sterben, äh, deine Mutter und zwei Menschen. Boah, Alter. Du lachst doch nicht, der Öl, Alter. Ich schäm dich. Ich schäme mich schon. Oder bei, bei einem Bus-Unfall starben drei Zombies, zwei Menschen, vier Türken und... Ja, Alter, nein, nichts gegen Türken, bitte. Und bei deiner Mutter wusste man nicht, was es war. Boah. Und Peter, jetzt lass es echt mal, das nervt langsam. Ja, finde ich auch. Oh, Mann. Oder ich heirate Anna. Okay. Also, dann schlage ich dich so auf, bis du Anna heiratest und Spach. Das, das, das geht jetzt, du weißt schon, dass das Akro auch seht, ne? Oh, 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 oh. Da würde ich jetzt, glaube ich, K.O. schlagen. Warum? Warum denn? Äh, ne, Schneezi, musst dich erschönen, Schneezi. Ah, ja, okay, der schon. Wenn sie kein Ähnliches. Wenn du dieses Video siehst, bitte. Oh, scheiße, schnell, wir haben sie gerade auf Video. Bitte. Ja, genau. Schreib mal eine Pen, ob das gesehen hast oder nicht. Wenn ja, kriegst du einen Apfel als... Wie Philipp einfach mal hinter mir steht. Du kannst dann Philipp mit einem Apfel verprügeln. Wie Philipp einfach hinter mir steht und so richtig eingebumst hat und so runter fliegt. Oh, Philipp, ich war gerade voll weit. Ne, ohne Spaß, wir brauchen für eine Challenge 30 Minuten. Und wir sind erst bei Gold, dann kommt noch Schneider, dann kommt hier Seelensand und Eis. Ne, Philipp, so viel dürfen wir nicht cheaten, ohne Spaß. Philipp, ich hab's geschafft. Oh, nicht. Man muss durchspringen. Man muss durchspringen. Oh, scheiß. Ich mach jetzt einfach ohne dich, Wörter, ohne Spaß. You better move fast, bunny hopp. Oh, what the fuck. Deine Mutter ist ein Mann, die hopp. Oh, nein, jetzt geht das los. Alter, die Pfeile, da schießt ein Pfeile raus. Willst du mich verarschen? Alter, da kann man versehentlich das TNT auslösen. Ich hab, ich hab'n Trick. Ja, ich hab's geschafft. Unentschieden, ohne Scheiß. Ich will, wie geil das aussieht. Deine Mutter hat's geschafft. Du Nudelwalke, alter. Deine Mutter hat's geschafft.